Jungs, Lars Stendl, er fasst sich ein Herz und versucht es, aber das war zu weit weg. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Felix Klaus. Vielleicht die Führung jetzt. Da ist er, der erste Treffer in diesem Spiel. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen, da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Der Ball kommt hoch rein, Steigespiel. Der Ball ist drin, der Treffer zählt, Ausgleich. Jung. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Tolles Tor, das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Felix Klaus. Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Sehe ich ganz genau so, der Ball geht drüber und das fehlt ihm ärgern. Stendl. Der war weit weg, aber kein schlechter Schuss. Da hätten sie die Führung ausbauen können, aber so bleibt es hier eng. Den müssen sie machen, dann haben sie ja alles. Mit der Weiser. Mit der Weiser. Mit der Weiser. Miha Kacinovic. Knapp daneben und das ist in dieser Situation doppelt ärgerlich. Ja, ein Tor wäre gerade jetzt enorm. So langsam wird es gefährlich. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Der Pass. Stark gemacht. Der Pass. Der Pass. Die Zuck. Wie ist es? Der Pass. Der Pass. Der Pass. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018